Ich habe meinen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht und diesen mit einem sehr guten Durchschnitt von 1,38 bestanden. Mittlerweile bin ich aber der Meinung, dass ich mir dies auch hätte sparen können, wenn ich während meines Studiums gearbeitet hätte. Deshalb meine These, ein 1,0er Student ist weniger wert als ein Student, der zum Beispiel einen 2,7er Durchschnitt hat, aber während der Zeit als Werkstudent gearbeitet hat. Mit weniger Wert meine ich nicht menschlich, sondern für den Arbeitsmarkt. Ich sehe das zum Beispiel bei mir im Unternehmen und auch in anderen Unternehmen, bei Freunden, Kommilitonen, dass wenn du wirklich als Werkstudent gearbeitet hast, dass du viel bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hast. Das heißt, du bekommst viel größere Anfragen, also viel mehr Anfragen, zum Beispiel auf Xing oder LinkedIn. Plus, was man auch nicht vergessen darf, das Einstiegsgehalt ist bei denjenigen wesentlich höher. Und das hat natürlich folgende Gründe, weil als Student selbst hast du viel Theoriewissen, ein bisschen Praxis hast du da auch, aber im Berufseinstieg fehlt dir wirklich dieses Praxiswissen. Das heißt, zum Beispiel, wenn du Informatik studierst oder Wirtschaftsinformatik oder allgemein im IT-Bereich bist, dann macht es einen großen Unterschied, ob du wirklich nach Scrum gearbeitet hast, agil gearbeitet hast, weißt, was Clean Code ist oder weißt, was Jira ist, wie man Jira benutzt, was ein Sprint ist oder ob du das einfach nur in der Uni, in deinem Projektmanagementkurs gehört hast. Und deshalb meine These, viele werden vielleicht auch dagegen sein bzw. sagen, nee, diese These stimmt nicht. Deshalb würde mich auch gerne eure Meinung interessieren. Also diejenigen, die eine Werkstudententätigkeit gemacht haben, können ja mal gerne reinschreiben, wie sie gestartet sind, die ohne, können das auch gerne reinschreiben und vor allem interessiert mich auch die Meinung der Personaler, weil die wissen letzten Endes, wen sie einstellen, zu welchem Gehalt und wie sehen da die Chancen aus. Außerdem darf man nicht vergessen, dass wenn du schon Berufserfahrung gehabt hast, dass dein Lebenslauf auch dementsprechend anders aussieht. Nicht nur dadurch, dass du Berufserfahrung aufweisen kannst, sondern dass auch die Anordnung von deinem Lebenslauf anders ist. Wenn du zum Beispiel frisch aus der Uni bist, dann steht ganz oben immer die Ausbildung, quasi deine schulische Laufbahn. Also du hast deinen Bachelor gemacht, darunter dann dein Abi, MSA etc. Wenn du aber schon Berufserfahrung gesammelt hast, dann steht immer ganz oben erst die Berufserfahrung. Also von der Anordnung ist das schon mal viel interessanter für Personaler zu lesen. Deshalb, aus diesem Grund würde ich wirklich jeder Person empfehlen, die noch Student ist, dass sie während des Studiums eine Werkstudententätigkeit macht, ohne jetzt irgendwie ein Burnout davon mitzunehmen, sondern einfach mal ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln. Ich bin auch ein großer Befürworter davon, wirklich das Studentendasein zu genießen. Das kann heißen, dass du zum Beispiel ein Auslandssemester machst, was ich auch nicht gemacht habe. Und warum treffe ich diese These? Ich möchte jetzt auch niemanden hiermit angreifen, weil ich selbst hatte einen 1,38 Durchschnitt. Und trotzdem hatte ich es teilweise schwer auf dem Arbeitsmarkt. Mittlerweile sieht das anders aus. Mittlerweile bekomme ich die Jobangebote über Xing, über LinkedIn. Aber zu Beginn sieht das halt ein bisschen anders aus. Und ich hatte zum Beispiel einen sehr guten Freund. Der hat einen Bachelor gemacht. Der hat ein sehr gutes Praktikum gehabt, wo er programmiert hat, wo er mit Git gearbeitet hat, wo er nach Scrum gearbeitet hat, in Conference dokumentiert hat. Mit Jira wurden die ganzen Sprints und die ganzen Aufgaben aufgeteilt. Und sein Berufseinstieg sah dann so aus, dass er wirklich direkt bei einem großen Unternehmen, Accenture, sagt vielleicht den einigen was, dort begonnen hat, mit Bachelor, 53.000 Brutto bekommen hat. Und nachdem er dort angefangen hat, hat er sofort auch schon wieder 60.000er, 70.000er Einstiegsgehälter auf Xing und LinkedIn bekommen. Bei mir sah das ein bisschen anders aus. Ich bin frisch aus der Uni, habe quasi das ganze Studentendasein genossen und dachte mir am Ende, warum kriege ich weniger Gehalt mit Master als er? Ja, deshalb lege ich das wirklich jeder Person nahe, die studiert. Versucht mal eine Werkstudententätigkeit zu machen, quasi euch ein bisschen Praxiserfahrung anzusammeln. Ich weiß, einige von euch arbeiten, aber die Arbeit, die ihr da macht, die muss auch irgendwie Bezug zu eurem Studiengang haben. Ich kann es verstehen, dass einige von euch noch an der Kasse arbeiten, um sich nebenbei was zu verdienen, aber ihr müsst auch ein bisschen weiter in die Zukunft denken, quasi 5 Jahre, 10 Jahre. Deshalb versucht eine Werkstudententätigkeit, wenn ihr Informatik studiert, macht was mit Datenbanken, in der Softwareentwicklung, geht meinetwegen ins Projektmanagement, schaut euch ein bisschen diese Station an, um dann auch wirklich eine Entscheidung treffen zu können, weil die Werkstudententätigkeit kann euch nämlich auch aufweisen, was ihr nach eurem Studium machen wollt. Weil wenn du nur studiert hast und überall gute, sehr gute Noten hast, dann weißt du oft auch gar nicht, was du danach machen möchtest, weil du warst ja überall sehr gut. Das war es mit dem kurzen Video, das heißt meine These ist 2,7 mit Werkstudententätigkeiten sind mehr wert auf dem Arbeitsmarkt als 1,0er Durchschnitt. Ich kann es verstehen, dass einige davon vielleicht getriggert sind. Die Lehrer haben auch früher immer gesagt, Noten sind nicht alles. Noten sind nicht alles, solange wie du was anderes aufweisen kannst. Das heißt, wenn du eine Werkstudententätigkeit hattest, dann sind Noten nicht alles. Wenn du aber frisch aus der Schule in dein Studium gekommen bist und dann vom Studium Berufserfahrung sammeln möchtest, dann sind zu Beginn Noten alles. Deshalb kann ich es auch verstehen, wenn viele Studenten sauer sind, wenn sie dann eine 2,0 haben statt eine 1,0. Sollte dir das Video gefallen haben, darfst du wieder entscheiden, was du damit machst.